Ich heiße Claude François. Irgendwann bringe ich eine Platte raus. Ich will keinen verkrachten Musikanten. Morgen bist du hier weg. Ich werde nicht so lange warten. Nicht jeder ist ein Sinatra. Ich schwör's dir, der kommt beim Publikum an. Und eins, zwei, drei und vier. Solche wie ihn gibt es viele. In jedem Rüderhof gibt es einen Haar. Das bringt dir eine goldene Schallplatte, wenn ich das Lied singe. Das schwör ich dir. Paul ist die Nummer eins im Plattengeschäft und ab sofort ihr Manager. Ihr werdet euch über mich wundern. Das war echt große Klasse. Klo Klo und die Clodettes. Wenn du so weitermachst, bist du in sechs Monaten raus aus dem Geschäft. Lass mich erst mal abschalten, ja? Eine Stunde, machbar? Geht dir das nicht selber auf die Nerven? Dass du immer deinen Willen kriegst. Wann bricht das System Klo Klo zusammen? Wenn es mal schlecht läuft und ich in irgendwelchen Kneipen singen muss, bleibst du dann bei mir? Du denkst immer nur an die Karriere. Das macht dich krank. Hör! Du bist ja wahnsinnig! Ich bin wahnsinnig! Wie, 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 wie Untertitelung des ZDF, 2020